Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Towns. Ähm, ich hab hier... Na, Autosave? Äh, ich hab das kurz ein bisschen weiterlaufen lassen, hab in der Zwischenzeit auch... ... auch ein bisschen was gemacht, zumindest... Oh, hier haben wir komplett die Türen vergessen, machen wir gleich. Ähm, erstmal gerade, ich hab hier die Soldaten komplett weggemacht. Habe die Jobs auch aufgelöst, und die sind gerade überhaupt nicht happy, ... weil die Kiegel zu Ende gewandt haben. Deswegen würd ich sagen, warten wir einfach mal gerade im Moment ab... ... und, äh, hoffen, dass er steigt. Oh, 19. Ist hier gerade irgendwer gestorben. Oh, da sterben. Warum sterben denn jetzt die ganzen Leute? Was ist denn hier los? 17. Wir wurden gerade angegriffen. Ich hab da irgendwelchen Schleimdingen... Oh, da schon wieder. Zack. Sieht, perfekt. Das geht ja gut weiter hier. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, also wie gesagt, wir nähern uns dem Ende der ersten Staffel. Und, äh, so wie es aussieht, wird das wohl kein gutes Staffelende sein. Da darf man gespannt sein. Oh, die Happiness ist nur bei 9. Ist natürlich klar, wenn die angegriffen werden und hier irgendwelche Menschen sterben. Aber was sollen wir machen? Ja, im Prinzip können wir auch weiter bauen, weil die Happiness jetzt sowieso egal ist. Eigentlich. Können die nicht noch mehr entlasten. Ja, aber da muss noch mal eine zweite Reihe drauf dann. Da kommt die Tür hin. Hier kommt die Tür hin. Da und... Es ist ein bisschen gleich schwierig hier zu überklicken mit den Scaffolds. Aber die brauchen wir ja noch. Erstmal können wir uns in die Türen... Eine Tür. Also das Haus dahin schon ein Tür. So kommen die einzelnen Tür hin. Zack. Und... Da oben fehlen wir eine. Zack. Perfekt. Dann hätten wir die Tür hin. Da könnte man ja schon mal... Die zweite... Nein, zurück. Die zweite Reihe von diesen Scaffolds hier reinziehen. Einmal... Zahleimer... Oho... Zahleimer... Hier sind ja schon zwei Etagen. Da stehen auch noch Scaffolds drin. Die lassen wir auch erstmal, weil da muss ja wahrscheinlich noch ein Dach drauf. Nehme ich mal an. Das geht ja ausnahmsweise mal relativ zügig. Aber wie sieht das jetzt mit der Halbinas aus. die ist ja schon mal wieder bei 11. Naja, wir überarbeiten die ja auch wirklich gerade nicht. Fenster brauchen wir, ne? Fenster, Fenster, Fenster. Die waren hier. Auf Anhiebhofen. Ist das nicht toll? Ja, das ist nicht toll. So. Und. Eins, zwei, drei. Dann wieder eins, zwei, drei. Und. Ähm. Ja, da machen wir mal was hin. Auf der Seite der Frau. Da. Äh. Äh. Ich muss ja gucken, dass wir das nicht vor die Wand setzen. Das Fenster war nicht. Das Spiel haben wir ja schon vor die Wand gesetzt. Gefahren. Die auch, genau. Ich freue mich auf ein Update. Und dann kann man hier vielleicht die tolle Sachen machen. Und vielleicht läuft das dann alles insgesamt ein bisschen unter. Aber ich habe das Gefühl, manchmal sind hier einfach irgendwelche Fehler drin. Ihr habt uns das auch schon wieder nur noch bei sieben. Pech gehabt. Ihr bleibt dann halt unglücklich. Und ich will machen mit den Wänden halterein. So. Hier dann auch. Und hier. Und hier. Und ich habe übrigens, die aufmerksamen Zuschauer haben das natürlich schon bemerkt, dass wir mehr Geld haben als in der letzten Aufnahme. Das liegt daran, dass ich hier noch zufällig mal so, als ich hier draufgeguckt habe, einen Händler entdeckt habe. Und dem noch ein bisschen Dreck verkauft habe. Und hier ist ja schon alles weg. Perfekt. Das hatte ich noch gar nicht gesehen. Naja. Was für immer mehr. Und hier ist ja auch noch ein bisschen Dach zu bauen. Eigentlich können wir die Scaffolds auch erst mal wieder abbauen und Dach kommt hier gerade auch nicht in Frage. Äh, äh, äh. So, wir könnten, doch, doch, wir könnten schon mal anfangen, Dach zu bauen. Das ist ja noch etwas tun, ne? Oh, eine Reihe. Und dann. Nee, dann eine Reihe. Ja, wir können natürlich auch noch mal... ...dabei ist der Vollzins zu. Und damit vom Außen da an das Gebäude dran kommt. Und mal über... ...so. Hab ich das jetzt... ...die durch Treine die Rehre benutzt? Ja. So, jetzt müsste es was. Es ist gerade noch warm. Dann können wir hier mit dem Dachdecker beginnen. Die Treppe hier ist natürlich auch äußerst günstig gesetzt. Das sollte man vielleicht nochmal dran. Los, werdet noch unglücklicher. Was will er denn? Oh, er hat Farben. Steine. Oh, der hat Steine. Aber nicht viele. Sand. Kohle. Holz. Gold hat er. Das brauchen wir ja alles nicht. Oh, wir kaufen mal das Gold hier. Kaufen wir auch. Für auch immer. Schlangen, Zähne sind immer gut. Aber die Farben müssen wir nur wirklich nicht haben. Blumen haben wir selber angepflanzt. Kaum kaufen wir das Glas auch noch. Wind. Rambus. Äh, Mapp kaufen wir ganz bestimmt nicht. Copper kaufen wir, die Kohle kaufen wir auch. Sonnen kaufen wir, Eisen. Machen wir einfach mal. Wir haben ja die Kohle. Und müssen das ja auch mal irgendwo ein bisschen nutzen. Trade. Und dann wird hier der Bambus gesät. Wie schön. Los, werdet fröhlich. Ich hatte auch eigentlich vor denen mal ein bisschen was zu essen zu kaufen. Mit dem ganzen Geld, was wir hier angesammelt haben. Vielleicht finden die das ja toll. Warum brauchen wir denn überall Stein? Wir haben doch keins. Wie sieht so ein Strohdach nochmal aus? Ach ja. Wie immer so. Hier, da setzt man auch ein Strohdach. So, so, auf diese Ebene. Zack. Hier lassen wir nochmal eine Reihe draufsetzen. Ja, langweilig wird's nicht. Also, denen zumindest nicht. Ich find's gerade persönlich auch nicht sonderlich spannend. Aber was muss, das muss. Na, die Schiffords haben sie auch schon komplett. Aber hier fehlen noch Wände. Freunde, ihr habt doch noch was vergessen. Ihr seid noch nicht fertig. So, das Haus ist komplett. Da. Dann bin ich an. Dann bin ich er Julius. Wir sind im Viertel. Das ist auch der Fragmentale. Der Fragmentale ist dann ziemlich schön. Ich kann ja auch viel nach oben stehen. Ich bin ja schon im Viertel. Du kannst nur hier noch einen Haufen stellen. Du kannst aber ja auch einen Haufen machen. Ich hab' mir geholfen. Ich hab' mir das schon mal einen Auftrag. Das fühlt sich gut an. Ich hab' dir schon mal einen Haufen. Nein, das ist natürlich nicht da. Wenn das ein bisschen mehr einheitlich ist, dann hier ist es dann. Zack, zack. Einmal so. Und einmal so. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall das ganze Korn, das wir da angepflanzt haben. Und hier ist auch noch jede Menge Handlungsbedarf. Hier müssen auch noch ganz viele Skeffons rein. Au, au, au. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eigentlich könnte man noch 100 Folgen machen ungefähr. Oder irgendwelche Sachen, die die Taunis erledigen müssen. Für einen Block. Hier sind immer noch die Weiß hier drauf. Die können ja vielleicht mehr bekämpft werden, oder die kommen dann nicht mehr runter. Und sind jetzt einfach für immer da oben gefangen. Das sind unsere Stabgespenster. Wie ist das eigentlich? Das ist gar kein Fluch locker. Das sieht einfach nur gut aus. Also, galattisch. Egal. Hauptsache, wir haben da erstmal ein Dach drauf. Der Bambus braucht übrigens extrem lange, um zu maxen. Vielleicht könnte man ja auch mal... ... und... ... und... ... hier so... ... auf... ... das sind drei Stellen. Da müssen wir das ja eigentlich abschneiden, oder? Ja. Und dann wird das auch wieder eingesät. So funktioniert das. Cool. Oh, die Scaffolds haben sie ja auch schon komplett fast gemacht. Und super schnell hier. Also, was das angeht, da kann man sich gerade nicht beschweren. Was ist hier? Hier fehlt noch ein Block. Den sollten wir leider noch ergänzen vielleicht. Da fehlen dann auch noch mehrere. Zwei. Aber ihr macht das schon. So, jetzt wird hier wieder ein bisschen an dem Haus gearbeitet. Und dann vielleicht wieder hier nochmal. Zack. Da haben sie mit uns einen Stein reingedauert. Ein Loch ein. Aber unser Leitzenfeld ist auf jeden Fall groß genug. Was hat er? Um hier die Häuser bedecken zu können. Was ist hier passiert? Hier haben sie nur Scaffolds draufgesetzt. Einfach so. Das müssen wir mal mischen. Da ist auch noch reichen. Oh, hier ist ja auch erst eine Ebene. Wir haben so viele Baustellen angefangen. Ich, vor allem. Ihr habt da ja weniger dran gemacht eigentlich. Hier ist überall Gel. Zucker. Möchte irgendwer Zucker? Ich habe Zucker. Oh. 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 Und hier sind noch mehr. Oh. 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 So, da geht man hin und denkt sich... Oh... Hm... Oh, hier wurde ganz viel weggeräumt. Hier liegt jetzt nur noch so ein bisschen... Schnee. Und hier könnte man dann auch mal... Ja, guck mal hier. Zack. Das wird dann direkt gepflanzt. Zack. Abgeschnitten, gepflanzt. Bis das fertig ist. Dann können wir den Stock auch wieder runterstellen und haben immer was zur Verfügung. So läuft das nämlich.